hallo willkommen zurück hier im spaßpark wir wollten ja so ein bisschen mal ausbauen und glaube ich geld sparen für ein weiteres stück land die sonne ein bisschen ziemlich armselig aus ich weiß ja nicht wird natürlich den berg auch mal ein bisschen weg nehmen ein bisschen weg planieren oder sowas kann natürlich auch stehen lassen stört ja eigentlich kein so was haben wir noch für attraktionen über hier das ding haben wir gebaut täters namen gebaut das geisterhaus haben wir noch gar nicht gebaut lassen wir mal ein geisterhaus bauen passt natürlich da wieder nicht hin da muss ich erstmal so ein bisschen näher das gebiere da weg nehmen ja wie ich gar nicht wissen so hier senken anheben planieren ja hier planieren so geht das nicht ach da fehlen die bäume im weg ok was hat denn hier was soll parkerweiterung brauchen wir jetzt mal hier den pflanzenscheiß weg machen braucht ja keiner also machen wir das mal weg so keine steine mehr im weg hier ich glaube nicht nein wieso geht denn da drauf ist ja doof na ok machen wir weiter hier die flächen weg geht doch mal weg hier ich werde nicht wissen so ein bisschen ebnen da steht wieder ein baum im weg dann können wir hingehen und eigentlich jetzt ist es geisterhaus jetzt hin baum glaube ich und drehen und das können wir drehen passen noch nicht richtig dann ist zwar ein bisschen schräg dahin so vielleicht sollte ich auch mal das ding hier noch ein bisschen glätten oder so sieht da vielleicht ein bisschen besser aus nicht so abgenagt so wieso ist das ding jetzt wieder höher das habe ich doch sollte doch normalerweise glatt sein naja ist auch egal so hier warte schlange einmal so dann bis nach unten machen wir den mal so da hin so das wäre dann der reingang dann brauchen wir jetzt noch einen ausgang den bauen wir dann hier hin machen sogar automatisch auch schön würde ich ja nicht tun so öffnen da dinge machen wir mal 250 erstmal wer weiß wie viele besucher das anzieht weiß ich ja nicht so was hätten wir da nochmal angebot den aussichtsturm haben wir auch gebaut glaube ich hat mich in aussichtsturm gebaut ach ne ich glaube ich erste karussell gebaut war okay dann aussichtsturm ja bleibt nicht viel platz über höchstens hier aber ich müsste ja eigentlich sowieso mal diesen weg da mal weiter ausbauen nehmen direkt den großen weg und dann zieht man den mal hier lang wenn er mal passen würde passt gar nicht mist und das ist auch ein kleiner weg oder mittel weg den rest noch mal eben weg muss ich eigentlich hier auch machen geht das was fehlen bänke und sowas na gut ich kann aber zumindest schon mal hingehen und dann hier den weg nicht so lange ziehen so geht das jetzt nicht hallo hallo also männeken am weg rennen oder was geht doch mal weg da komm geh weg da ich will die linie hinsetzen kommt da wieder einer angerannt wieso geht das nicht ich habe doch genug geld machen wir den mittleren weg wieder dahin so ein bisschen gerade so nicht gerade was soll man denn so das mal reichen naja hier ist ziemlich voll ich weiß nicht wie ich das hier noch ändern soll dann muss ich die ganzen Buden nämlich hier abreißen und versetzen und das ist ja auch doof das ist ein Ausgang dann wird wahrscheinlich keiner rumlaufen ich weiß noch nicht ob ich hier einen weg durchziehen kann später mal müssen wir mal gucken muss auf jeden fall 16.000 zusammen kriegen irgendwie ist das auch noch zu teuer naja ist preiswert funktioniert also so warte mal noch was zu teuer ist das ding scheint auch noch zu laufen erheben wir hier mal auf 50 cent was hier los otto teuer oder wird da sagt keiner was zu was mit dem dinge hier da wird eben schlecht das ist eine rutsche man kann anders schlecht werden erhöhen wir den preis mal auf drei wie sieht das hier so aus macht ja ein bisschen gewinnen und das ding hier wird auch nichts gesagt was hier mit habe ich verlaufen habe ich verlaufen nicht verlaufen wie kann man sich mit riesenrad verlaufen also wirklich so und hier da wird da wird einer nicht so viel bezahlen ok dann gehen wir mal runter auf auf 6 mal gucken was sie dann zahlen ja da könnte man noch hinsetzen können ja hier noch ein paar fressbuden oder sowas hinbauen oder hier oh ist noch ein neues beigekommen Humphreys Bistro ein typisch amerikanisches restaurant mit gehobener küche mhm bauen wir das doch mal dahin wenn das dann passt hier wird der Baum wieder am weg ich wusste das immer steht irgendwas im weg so machen wir die ausdruck mal weg wenn die nicht auf dem weg stehen so jetzt hier das ding jetzt muss ich da wieder drehen mich verarschen oder was so passt halt nicht kostet auch tausend tacken aber ist mir auch egal so und das dinge noch dann können wir da einsetzen kleinen eingang hin das auch was hat denn passt da wieder nicht ey ja weg damit muss ihn neu bauen da will der weg wo nicht zu kurz so der passt jetzt aber hä will ich mich verarschen wieso kann ich den weg da nicht anlegen man mann 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 so latin das ding dann gehe ich jeden baulat so dahin so jetzt kann ich noch keinen weg da hin bauen nee aha geht doch sah mir eher aus wie ein ausgang als auch wie ein eingang so öffnen öffnen können dann lecker essen gehen was haben wir denn noch ist noch neu dazugekommen mechanik habe ich genug asiatisches restaurant asiatisch zum mitnehmen das ding könnten wir noch hier irgendwo hin bauen laut naja im reingang ist alles ziemlich voll gebaut könnten wir ja hier noch so hinklatschen so jetzt brauchen wir den da mal hin auch öffnen wird das schon direkt besucht hier oder wollen sie da nicht rein na na da ich mal ein paar mülleimer einsetzen wie war das hier oh ich hab neue lampen was hat denn Profilbanner irgendwelche banner irgendwelche flaggen irgendwelchen damit hölzerne mülleimer sci-fi hier waren die parkbänke recycling tonne so einmal der jener ding so rum so da sind noch so ein paar bänke dahin so schön davor so wenn ich denn darf sagen die bauen wir hier ein bisschen auch noch mal hin hier so da ein hin auch noch andere farbige naja tue ich nicht machen wir mal ohne schirm piknicktisch piknicktisch und äh mülleimer hier auch noch ein hin so So noch ein paar Laternen. Bambusfackel. Doppelt so hell. Nehmen wir die doch. Wird zwar im Moment nicht dunkel. Habe ich ausgeschaltet. Aber besser als nix. So. Ach goldene Lampen sind das. Da ist ne Fackel. Pass hat nicht hin. Dann da eine hin. Da eine hin. So ein bisschen verteilen hier. Da ist ne goldene. Schön. Zierobjekte. Ist nicht besonders viel eigentlich. Können wir da irgendwo einen Zaun hinsetzen? Ne. Zaunen sind doof. Blumenbeet. Fassaden. Zentralobjekte. Was hat denn? Abgeschütztes UFO. Können wir ja auch irgendwo hinsetzen. Können wir da mal so hinplatzen? Ich glaube dann ja so oder? Oder so? Machen wir mal so. Was ist das für ein Ding? Ein Sternentor. Was ist das denn? Deine Weltraumkugel. Wie groß ist denn das Ding? Was ist das denn? Wird aber kaputt gegangen. Große Weltraumkugel. Die bauen wir auch mal hin. Antikem Brunnen. Guck mal, der passt sogar hier sehen. Pflanzen wir den mal da hin. So ein Brunnen. Können wir eigentlich auch nochmal irgendwo hinsetzen. Da ist ja einer. Dann äh. Probier nochmal hin. So haben wir was das. Adventure Ruins. Hab ich doch gebaut. Die sind doch hier irgendwo. Da. Besonderheit. Man hat nicht hier eigentlich bei. Anscheinend nicht. Lilienplatz. Bezirk 15 Platz. Mhm. Ja. Da muss immer noch ein bisschen mehr Geld reinkommen. Da ist immer noch ein bisschen wenig. Am Westernriesenrad ist kaputt. Ja. Mechaniker habe ich doch genug eigentlich. Mechanikergebäude 5. Ähm. Ich würde den Scheiß mal auf 10. Sollten auf jeden Fall welche sein. Wer will nicht. Ich könnte ja auch nochmal hier so ein äh. Dingsgebäude eigentlich hinbauen. Souvenirläden. Ein Souvenirladen. Das sind auch die größeren jetzt, wa? Wieso geht dann nicht automatisch an die scheiß Straße dran, ey. So doof. Ich würde mal Bild drehen hier. Geht einfach nicht da dran. Ach. Bauen wir den da hin. Echt bärig. Abenteurer. Teddybärstand. War eigentlich noch ein paar andere, die man da hinbauen konnte? War nur der eine große. Hm. Wieder eine große glaube ich. Mehr gibt es hier gar nicht. Bongo Ballons. Komm. Wollen wir hier noch ein paar Bongo Ballons hin? Bombo Ballons. Ufos. Portretilarn mãe. Kriegt man wahrscheinlich einfach so UFO Ballons. So werden wir gucken, ob ich da ein Wehchen machen kann. Macht da. das ist auch schön so hätten wir schon mal ein paar wege